Achtsamkeit im Alltag Wozu soll das gut sein? Dass Achtsamkeit oder Meditation gut ist gegen Stress, zeigen viele wissenschaftliche Studien. Aber wie lernt man Achtsamkeit? Nun, Sie könnten ein halbes Jahr allein auf einem Berggipfel meditieren. Oder zu einem Guru nach Indien reisen. Oder dieses Handbuch von 300 Seiten lesen. Die gute Nachricht, Sie brauchen das alles nicht. Denn Achtsamkeit ist wirklich nicht so schwierig zu lernen. Und vor allem, Achtsamkeit wirkt am besten, wenn Sie sie anwenden. Und zwar hier. In Ihrem Alltag. Also, wenn Sie wieder viele To-Do's zu erledigen haben. Oder Sie Bammel vor dem nächsten Vortrag haben. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie sich entscheiden sollen. Oder wenn Sie mal so richtig genervt sind. Oder sich mit Ihrem Partner streiten. Wenn Ihr Chef mal wieder total stur ist. Oder einfach alles schief geht. Und vor allem, wenn Sie überhaupt nicht mehr wissen, wo es lang geht in Ihrem Leben. Genau, dann brauchen Sie Achtsamkeit. Um Ihr Gedankenchaos zu klären. Und um in eine bessere Stimmung zu kommen. Und genau das lernen Sie in meinem E-Mail-Kurs Achtsamkeit im Alltag. Und wie? Mit sieben Lektionen. Als PDF und als MP3-Datei lesen und hören Sie das bequem zu Hause. Wann immer Sie wollen. Und probieren es sofort aus. Starten Sie jetzt gleich. Bringen Sie mehr Achtsamkeit in Ihren Alltag.